Ist der Kampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury etwa schon komplett durchgeskriptet? Wie ihr wisst, heute Abend soll ja Jake Paul gegen Tommy Fury kämpfen, also den kleinen Bruder von unserem Schwergewichtschampion Tyson Fury. Und Mike Perry, der ehemalige UFC-Fighter, sollte für dieses Event der Ersatzmann sein. Also falls Tommy Fury irgendwie aus diesem Kampf rausfällt, dass man immer noch einen Ersatzgegner für Jake Paul hat, damit das Event trotzdem stattfinden kann. Jetzt hat Mike Perry gestern aber anscheinend die Bombe platzen lassen und den angeblichen Skript zum kompletten Kampfverlauf auf Twitter gepostet. Was genau in diesem Skript steht, sage ich euch gleich. Doch zuerst gibt es erstmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsportjob der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung, dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Übrigens wird es auf Kunpon bald auch unsere eigenen MMA und Boxhandschuhe auch zu kaufen geben. Alles klar, schauen wir uns mal kurz den Skript an. Was passiert hier, ja, fragt Mike Perry. Wenn wir uns den Skript anschauen, also es beginnt das ganze Thema mit dem Ringwalks. Jake Paul läuft hier mit Mr. Stilio Girl bei Trey Songz rein und im Baby-Outfit und macht sich da über Tommy lustig, weil der jetzt Vater geworden ist. Tommy Fury läuft mit Sweet Caroline rein, das ist das Lied, was auch sein Bruder Tyson Fury immer nimmt. Und sein Outfit ist ein Tribut zu seiner Frau und seinem neugeborenen Kind. Bis hier natürlich noch nichts Schlimmes, weil so läuft jedes Event ab. Die Veranstalter wissen ganz genau, wer wie reinläuft und was passiert. Aber wo es komisch wird, ist halt, dass jetzt jede einzelne Runde einen Skript hat. Runde 1. Die Fighter beginnen etwas vorsichtig, umkreisen sich gegenseitig und werfen Jabs. Jake Paul trifft einen soliden linken Haken, aber Tommy Fury antwortet sofort mit einer rechten schnellen Hand. Okay, interessant. Runde 2. Tommy Fury übernimmt langsam die Kontrolle über den Kampf, trifft mehrere Kombinationen zum Körper von Jake Paul. Paul scheint etwas Schwierigkeiten dabei zu haben, den Rhythmus in diesem Kampf zu finden. Und das Publikum beginnt etwas unruhig zu werden. Runde 3. Jake Paul marschiert, wirft Jabs und Haken, die Fury ein bisschen überraschen. Fury beginnt nach hinten zu weichen und versucht den Schlägen von Jake Paul auszuweichen oder die Schläge zu vermeiden. Und jetzt kommt es. Runde 4. Tommy Fury scheint Schwierigkeiten mit seinem linken Auge zu haben, welches beginnt anzuschwellen. Jake Paul nutzt sich das zu seinem Vorteil, also nutzt Furies hier Schwäche gerade zu seinem Vorteil und landet weitere harte Treffer zu dem Kopf. Ein bisschen seltsam, weil, also wie kann man das skripten? Okay, alles andere bis Runde 3 verstehe ich, okay, ne, hier ein bisschen laufen, ein bisschen jab, hier er kontert, okay. Aber das ist ein bisschen seltsam. Also wie kann man denn das skripten, dass der eine Typ ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Auge hat, weil es anschwillt? Dann müsstest du dich ja wirklich mit voller Absicht mehrmals genau auf diese Stelle treffen lassen, damit es beginnt zu schwellen. Also das ist etwas, was ein bisschen seltsam ist, weil kann das wirklich jetzt der echte Skript sein für diesen Kampf oder hat das jemand anderes so gepostet? Aber wir schauen das jetzt mal weiter an, ja. Runde 5. Furies Auge ist jetzt fast komplett geschlossen. Der Doktor am Ring wird dazu reinberufen, sich das anzuschauen. Der Doktor sagt, dass Fury weitermachen kann, aber er warnt ihn, dass er möglicherweise den Kampf dann stoppen muss, wenn seine Sicht noch schlechter wird im Verlaufe des Kampfes. Das ist halt auch jetzt wieder so ein Ding. Wie willst du das denn skripten, dass sein Auge fast komplett zuschwillt? Das ist ja nicht so, du wirst getroffen und du gehst zu Boden. Das kann man skripten, ja, weil du wirst getroffen und du weißt laut dem Skript, du musst zu Boden gehen und du legst dich hin, ne. Aber dass dein Auge so zuschwillt, dass du fast nichts mehr sehen kannst, schwierig das zu skripten. Deswegen bin ich ein bisschen so skeptisch, ob dieser Skript wirklich echt ist oder ob das vielleicht ein Fake ist. Aber schauen wir uns das mal weiter an. Runde 6. Jake Paul hat Blut geschmeckt und er beginnt noch mehr Druck aufzubauen. Fury hat Schwierigkeiten, die Schläge von Jake Paul zu sehen und er nimmt immer mehr Treffer. Runde 7. Furies Ecke beginnt sich ein bisschen zu sorgen, weil ihr Fighter sichtbar in Schwierigkeiten steckt. Sie drängen ihn dazu, sich zu bewegen und den Schlägen von Jake Paul auszuweichen. Aber Jake Paul ist unerlässlich. Runde 8. In der letzten Runde. Jake Paul trifft eine riesige rechte Hand, da die Fury krachend zu Boden schickt. Fury versucht es aufzustehen, aber er stolpert und fällt wieder hin. Der Referee beginnt mit dem Count, aber Fury bleibt auf dem Boden, hält sich irgendwie das Auge. Der Doktor rennt wieder in den Ring, um Fury abzuchecken, aber er schickt ihn weg. Tommy soll dann also eine Augenverletzung Schauspielern, da die den Referee dazu zwingt, den Kampf abzusagen und Jake Paul dadurch als TKO-Sieger zu ernennen. Und nach dem Kampf, Jake Paul und Tommy Fury streiten sich. Jake Paul fordert KSI zum Kampf heraus. Tommy Fury will ein Rematch und Jake Paul gibt ihm das Rematch. Vorausgesetzt, es findet in Los Angeles statt. Tommy akzeptiert und der zweite Kampf wird gemacht. Und jetzt hier steht Improv, also ein bisschen noch improvisieren. Das ist jetzt der ganze Skript. Also ich will da jetzt mal ein, zwei Sachen dazu sagen. Im letzten Kampf von Jake Paul ist mir schon aufgefallen, dass etwas nicht ganz stimmen kann. Ich habe euch gesagt, die Performance von Anderson Silva in dem Fight war ein bisschen so, hm. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, da haben sehr viele Leute mich dafür kritisiert, dass ich gesagt habe, der Fight war geskriptet und dass Jake Paul von Anfang an gewinnen sollte. Weil die Art und Weise, wie Anderson Silva gegen Jake Paul gekämpft hat, da hat man gesehen, dass es nicht ein seriöser Kampf von ihm war, sondern eher ein bisschen so ein lockeres Sparring. Also vielleicht war der Knockdown und so nicht geskriptet, ja. Aber dass Jake Paul diesen Kampf gewinnen sollte, war meiner Meinung nach auf jeden Fall von Anfang an geskriptet. Der Verlauf, so wie es hier steht gegen Tommy Fury, ist ein bisschen, ah, ein bisschen seltsam. Weil eben dieses Thema Runde 4 und Runde 5, dass da das ganze Auge zuschwellen soll, ist etwas, was man wirklich schwierig skripten kann. Ich habe ja selber schon echt viele Kämpfe gemacht, viele Sparringseinheiten gemacht und so. Und es kommt selten vor, dass man so hart trifft oder getroffen wird, dass das Auge so extrem zuschwillt. Und ganz besonders dann so geskriptet, dass du weißt, welche Runde das passieren soll. Da, also da sage ich Bullshit. Da bin ich mir sicher, dass dieser Skript so eigentlich Bullshit ist. Das kann nicht sein. Was aber auf jeden Fall sein kann, ist, dass es vorher Absprachen gab. Wie dieser Kampf ungefähr ablaufen soll, ob vielleicht der eine eher gewinnen soll oder ob vielleicht der andere gewinnen soll, damit man da noch ein Rematch machen kann, damit das noch größer wird, dieses Event, ne, und dieser Fight. Ha, schwierig. Also ich bin bei diesem Thema Jake Paul noch so ein bisschen 50-50. Einerseits muss man halt, ja, sagen, okay, der hat Power in der rechten Hand und auch so wie er Tyron Woodley zum Beispiel getroffen hat, diese Hand hat ihn krachend ausgenockt. Also der hat Power und der kann die Kämpfe auch durch Knockout gewinnen, ja. Andererseits kann es aber auch schon sein, dass da ein bisschen dahinter geskriptet ist, so ein bisschen WWE-mäßig, ne, Wrestling-mäßig, dass die Kämpfe schon ein bisschen geskriptet werden für das Entertainment der Zuschauer und für maximalen Profit. Ich persönlich würde es wirklich schade finden, wenn der ganze Scheiß von Anfang an schon geskriptet wäre. Ja, weil ich würde echt gerne sehen, wie Jake Paul sich wirklich schlägt gegen einen vernünftigen Boxer und wie sich Tommy Fury in dieser Situation schlägt. Also ich hätte lieber das Reale und würde sehen, wie es wirklich abläuft, anstatt so einem geskripteten Scheiß. Weil wenn ich, ganz ehrlich Leute, wenn ich geskriptete Scheiße sehen will, dann schaue ich mir Wrestling an. Ja, dann schaue ich mir an, wie Undertaker aus einem Sarg wieder aufsteht und alle so, er ist wieder zum Leben gekommen. Ihr wisst, was ich meine, ja. Ich will Kampfsport sehen, ich will zwei Männer sehen, die aufeinandertreffen im Ring und der Bessere soll gewinnen, ja. Ob ich diesen Skript zu 100% ernst nehmen kann? Hm, ich bin mir noch nicht sicher. Schreibt mir auf jeden Fall mal kurz eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Ist der Skript wahr oder ist das alles ein dicker Fake? Schauen wir jetzt mal, wie der Kampf heute ablaufen wird. Übrigens, ich bin heute Abend der Kommentator im Bild-Stream für diesen Kampf. Wenn ihr also den Kampf mit meinem Kommentar sehen möchtet, dann schaltet bei Bild später ein. Der Livestream heute Abend fällt daher leider, leider aus. Und wir holen das beim nächsten Mal nach. So, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr mal wieder da wart. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.